auf geht zur langersehnten runde zu einem nachtspaziergang genau ist ja schon wieder dunkel hier schon gedacht mein monitor wer aus hier ist aber gleich so mega blau ui ui wasser wasser und kein wasser teufel mal nur was weiter wie viel köpfe wie viele köpfe lang rollt kommen wie zombies hier waren er was wollte ich werfen muss mit sachen um das gut das kann ich was dieser köder macht so wahrscheinlich wasserteufel mit angeln und hinterher auf essen oder so es geht weiter daran joe kwarer ist der dingens ist hier drin und er möchte das schmeckt geben wir doch da mal rein ja wenn ich irgendwo hochkommen oh ja ich wünsche wir nach uns ruft zeigt er eure füße zeigt er eure schuhe wo ist der moichler schieße einfach zu wo ist er denn jetzt aber der hat sie sich aufgebaut der miese sack ja der ist echt übel jetzt nicht man warst du mal gar nicht wo er denn auf einmal taucht denn vor allem auf manchmal hängt auch einer ja bestimmt ich habe eben der e gedrückt da hat er blau geleuchtet auch cool noch nicht gesehen welche verpasst jetzt wieder munition das gut sagt hat mich ja angeritzt verbinde ich mal kurz ja komm schon ich dachte er läuft mal hinterher ich gehe mal kurz nach oben dann kann ich ihm meine schnellschuss nachladen der hat ja heute wieder richtig gute laune ja das ist die kann man ja auch ganz so wirklich mit einer handgranate treffen oder so das stimmt wenn ich das mal versuche dann bringe ich mich immer nur selber um und dann ich blute ja ich hab das auch richtig alter wieder muss wir gleich mal eine spritze setzen und sein problem alter das war aber knapp jetzt rennt jetzt rennt er hier rum er hat mich angeritzt sozusagen und dann habe ich gerade noch die spritze losgelassen und dann er ist aber heute wieder nett drauf so jetzt kann ich wieder ballern ja das mit der fackel ist echt gut ich blute ja schon wieder ich blute ja schon wieder wenn ich mir so seine energie angucke muss er auf jeden fall abstriche machen jetzt hat er sie wieder geklont ah scheiße komm gleich ist er hinüber ich laufe hier nochmal kurz weg wenn man nachladen muss bin ich sicher wird es diese viecher vor den augen mhm alles grausam ne da sieht man wirklich gar nichts mehr da kommt er ja jo adios es 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 so gut wie der wein zack weg ist er so hier liegt auch überall noch ähm an die brauche ich gar nicht ich mach's nochmal rein hier liegt auch überall noch äh energie rum und so wo äh hier vorne hinter der munitionskiste kannst du auch aufladen das war schon verbraucht hier ist auch noch was falls ja sehr gut da geh ich mal hin ohja das ist gut die habe ich verbraucht wo ist denn die andere äh die andere ist äh die müsste warte mal die andere ist hier hä ach da ja eigentlich bin ich blind ja das ach ja meine gesundheit ist voll ist weil wir den verbannt haben ach ja stimmt ja vergesse ich auch mal wieder hier ist auch noch munition falls du brauchst damit bin ich voll okay ich hab mal gespannt spinne wurde noch nicht verbannt also es wundert mich ja ja und hier kann man auch überall rein das ist so blöd wobei ich muss auch draußen wurde eben geballert wobei ich sagen muss wir haben unheimlich glück gehabt ähm dass wir den gleich gefunden haben ne ja das stimmt hier kann man ja auch rein oder überall auch hier oben man das ist ja ach hier ist auch außer munition hast ja genug hattest du gesagt genau ich muss sagen meine neue tastatur ist echt eine wonne also die funktioniert wirklich sehr gut die sieht auf jeden fall mega aus ja kannst du auch tausend farbschemen machen qualitativ verarbeitung ist wirklich sehr gut und was ich auch krass finde ist die also du kannst ja auch wirklich die tasten komplett belegen aber richtig gut halt auch so ich stelle hier oben eine falle hin ne ja das zombie ich dachte schon da unten laufen irgendwelche gegner rum aber die ballern schon ne es ist aber bald soweit hm 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 ich auch hier auf jeden fall nach dir so sondern lang da lang ja würde ich mal sagen aber ich gucke das mal so vor uns sehe ich keine sie gut aus ich habe mir jetzt auch noch vier sekunden aufgehoben man muss noch mal leicht nach da genau ja genau ich glaube der das passt schon die richtige richtung mal den sat mutiger eine schwarmen mutter wecken war sehr gut ja die sind echt nervig muss man schon mal sagen so gehen wir mal hoch ich habe nur drei sekunden ich gucke gleich mal wir lösen sieht gut aus bis jetzt ja ich höre hunde aber sonst sieht es gut aus gucken wir noch mal richtung passt ungefähr genommen ist gerade und dann müssen wir irgendwann nochmal links das wasser ist immer an beiden so gespritzt dass ich dachte scheiße dass der wasser teufel ja hast du gleich auf mich los geschossen ja ja das war schön so eine sekunde habe ich noch ist jetzt aber noch nichts gesehen ich glaube aber auch gut ja läuft sehr gut ich glaube aber auch dass die sich alle jetzt noch auf die spinne fokussieren um die trophäen anzusammeln das wäre natürlich doch bei uns abzupassen wäre natürlich auch so eine sache kann man machen ja ich werde jetzt gleich noch mal die letzte sekunde benutzen ja oder nur klettern hier nochmal mann zauber ich habe auch noch zwei sekunden hier ist nix alles gut hat er so gut sind wir auch schon lange nicht mehr durchgekommen das stimmt und kein gesehen dass sie einfach gekillt und dann weg das in der ersten runde hier irgendwie im fährtchen zucker geben die essen äpfel ja ok zucker stückchen ist ja nicht gut wird aber wie die äpfel essen also ein bis ist alles weg jawoll geschafft sehr schön schöne runde eine runde für profis ja Vielen Dank.